Wir müssen sie ein bisschen, wenn sie falsch sind. Ja, ja, natürlich. Das ist die Ausgabe. Stürze oben, wir sind die Christina, jawohl. Du hast ja auch schon gewohnt, Christina, das wieviel Erfolg ist, ist es jetzt? Also wir haben hier oben schon alles. Der Minister soll es was halten, ja und? Wir wissen nicht, was ein Schlager hat. Die erste Wartige. 10, 9, 8, 7, 6, 0, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 1, und 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Das Frühlingsfest 2022, nach zwei Jahren Pause, ist hiermit eröffnet auf ein friedliches und fröhliches Fest. Und die erste Maß gehört an Hermann, unser Lieblingsminister. Lassen Sie es strecken. Das Mikro für den Miguel. Also anstochen geht's. Das Frühlingsfest ist eröffnet auf ein fröhliches und auf ein friedliches Fest. Prost! Auf geht's! Auf geht's!